Wir steigen ein ins Viertelfinale mit Schiedsrichter Gess Walker vom TUS Nettelstedt und den Mannschaften bei uns auf dem Paket Eintracht Frankfurt und der VfL Stuttgart. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Miguel Malero mit der Nummer 7 und dem Ausleister für Stuttgart Und Serkan Uygun mit der Nummer 10, 2-1 Jetzt ist der VfB vorne 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 VfB vorne